so hallo fußballfreunde und herzlich willkommen zum weiteren fußballtalk hier auf gottielp wir haben tatsächlich mal den bogen krieg schon gar nicht mehr wir haben es mal tatsächlich geschafft und nehmen ein bisschen früher auf gibt mir auch die zeit ein bisschen die folge in ruhe dann zu bearbeiten hochzuladen und online zu stellen aber es ist dann halt jetzt wo ihr es wahrscheinlich hört nicht freitag sondern vielleicht mittwoch oder donnerstag mal gucken ja jungs ihr seid ihr seid startklar habe ich gehört ja immer wir haben gerade schon über die tipp ohne geredet und der bräuchte wollte da mal ganz stolz erkunden wie viel punkt das gemacht bolti darüber sagen wir heute nichts ach darüber sagen wir heute nichts nein wir reden nur über euro punkt sein ich rechne mal kurz den bolti durch okay hast du schon direkt am ersten spiel ein punkt hast du für hamburg getippt interessant null 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 muss ich noch ja da ist noch irgendwas bayern hast du noch ja und noch mal ein und zwei und hast du drei punkte ja ist doch gut ich hab mal den fabi gemacht ach so in dem moment sagst du halt einfach irgendwie ja ich hab halt mutig getippt ich hab halt mutig getippt also ja sehr gut okay also machen wir auch direkt hier dann den 22 ja den 22 spieltag in der bundesliga weil wir haben heute so viel auf wir haben vollgepacktes programm wir haben so unfassbar viel und werden uns jetzt auch also den champions league lassen wir heute noch mal weg aber wir haben so viel diskussions material es wird heiß also könnt die heizung ausmachen ja die folge wird die ganze familie werben okay pass auf freitag hat den den auftakt für den spieltag haben leipzig und augsburg gemacht das ist war recht unspektakulär oder puffy ja der der favorit hat sich durchgesetzt verdient durchgesetzt augsburg war erschreckend schwach also ich hätte gedacht dass sie mehr mehr gegen wir leisten weil tabelltechnisch sind ja gar nicht so weit weg gewesen von leipzig vor dem spieltag aber leipzig hat hochverdient gewonnen war alles alles im rahmen ja schade ich hätte mir gewünscht dass augsburg wie gesagt ein bisschen mehr ein bisschen mehr gegen wer geleistet ja ich habe nur die zusammenfassung wie eigentlich fast alles an diesem spiel und ja auch seit der red bull also augsburg hat ein bisschen gegen wer geleistet so zwei drei gute chancen waren schon da aber im großen ganzen verdienter sieg für leipzig fabi nach fabi als maul komm du gehst mir sowieso seit wochen auf in nerven nein komm da hat leipzig einfach mal gezeigt was sie können wenn sie auch mal das spielen was sie spielen sollen und dann fußball gewinnen sie auch souverän gegen augsburg und ja da fragt man sich warum die anderen spiel nicht wo sie teilweise echt schlecht gespielt haben ja 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 gut wie wie soll augsburg auch gewinnen wenn sie bist nicht da ist ja geht doch gar nicht augsburg ist halt einfach wundertüte ne also für mich jetzt schon die ganze saison habe ja mal probleme damit die idioten auch zu tippen die werden sich halt weiterhin noch die nächsten wochen nach unten korrigieren aber für die geht es auch nicht also sind da jetzt noch siebter und haben eigentlich noch den anschluss was die punkte angeht zu den internationalen plätzen aber ich denke einfach dass sie früher oder später von hoffenheim und von gladbach noch geschluckt werden was aber auch besser für alle beteiligten ist ja und es wird am ende ja auch kann man sich in augsburg zurücklehnen und sagen war eine gute saison das das glaube ich auch also man hat jetzt eigentlich schon eigentlich genug punkte um zu sagen du kannst eigentlich nicht mehr absteigen fast also die die drei vier punkte die das wahrscheinlich noch brauchst weil der unten ist ja ein schneckenrennen so ein bisschen also die werden sie holen die werden am ende wahrscheinlich irgendwo so knapp wenn es gut läuft so knapp 50 punkte land wenn es schlecht ist dann haben sie 45 also jeglichen sorgen entledigt vermutlich glaubst du glaubst die holen um die 50 punkte noch nein also insgesamt insgesamt ja ja das heißt noch 19 punkte also wenn es richtig gut läuft aber wenn es wenn es nicht so gut läuft dann holt du dich 42 43 oder so und dann bist aber halt auch jenseits von gut und böse also ohne 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 sorgen ja denke ich 45 44 45 ja denke auch okay ja nichts spannendes da in der im zentralstadion ja auch nicht schlecht zentralstadium die jüngeren werden es vielleicht noch kennen ja machen wir direkt mit dem samstag weiter nee die tipps noch ach der ist auch hier haben wir schon alles gesagt bolti kacke was ich habe mehr punkte im spiel gut als du ja und trotzdem kacke ja der gotti hat ja mutig getippt bolti entschuldigung ja gotti hat auf sieg auch so getippt puffy und bolti am 2 1 getippt fabi 1 soll bis jetzt glücklich fabi ja ja samstag dort mit gegen hamburg ja das habe ich gesehen ich auch und ich muss dir sagen schülle war überragend gut höhle bestemann definitiv seit monaten definitiv ja ich kann es genauso ja also dort mit 2 0 gewonnen und hamburg hat 0 2 verloren ja ich weiß nicht was ich ja komm positiv der batsman trifft und mario götz hat getroffen ja das tor muss man ehrlich sagen braucht ganz schick ja war so ein bisschen wieder tatsächlich die alte götze für für einen moment wobei wobei als er dann den laufweg von außen nach innen gemacht hat das sah schon echt behäbig aus sein sprint findest du ja ich fand das als er um den gegner rum war konnte er sich aber mit dem körper auch wunderbar dann und dann zack schön noch im bedrängen jetzt auch den lupfer gebracht vorher natürlich tatsächlich 1a vorarbeitung oder vorbereitung und schürrle sie gerade der kicker gibt schürrle eine 2,5 ja warum ich hab keine ahnung bis auf die szene war das ein extrem schwaches spiel von ihm absolut bis auf diese szene einen torschuss hat er noch nachdem ihn ich weiß nicht den aufgelegt hat aber ansonsten war schürrle ein totaler ausfall das waren dribblings in den gegner rein also jeder 1 gegen 1 situation total überfordert wenn er überhaupt in diese 1 gegen 1 situation kam weil meistens ihm bei der balleinnahme sowieso der ball weggeschwungen ist ähm ja er war bemüht glückwunsch dazu aber es war wirklich nicht gut also wenn ich sehe dass polisic hier eine 4 bekommt was auch noch vielleicht eine note zu gut ist aber beide haben sich eigentlich nichts äh genommen auch das schürrle wirklich mehr ähm einsatz zeigte vielleicht ja wobei ich kann mich auch an 3-4 gute szenen von polisic erinnern wo er den ball in der offensiv erobert und dann dadurch eingeleitet hat kurz vor der pause das ding wo dann die flanke kam ein bisschen zu weit war ich fand auch polisic nicht kämpferisch nicht viel schlechter als es dings war mh schürrle toll ja eine 5 aha hab ich auch nicht so gesehen weigel eine 4 mhm ja gut die 2 mal die weigel den ball hatte ne da waren die auch weg die bälle ne mhm ich hab ja fotos gemacht ne in dem spiel ähm hab ich ja explizit mal fotos gemacht in jeder szene das war so kurz nach der halbzeit als ich damit angefangen habe also in jeder szene wo dort mit dem ball hatte im aufbau hab ich kurz den receiver gestoppt und geguckt wo weigel hingetrabt ist ja ich glaub ich hab 4 fotos gemacht hab dann aber aufgehört weil ich ähm immer noch in der 50. war jetzt bei den receiver halt stoppen äh und ich angst hatte dass ich in der 60. bin und das spiel ist zu ende also hab ich den receiver dann wieder laufen lassen ne und durch das stoppen foto machen laufen lassen stoppen foto machen vergeht ja auch zeit die spielen ja im hintergrund weiter die warten ja nicht auf mich ähm da hatte ich wirklich bammel weil es war erstaunlich dass der herr weigel erneut wirklich immer hinter den gegenspieler trabte im spielaufbau und sich unspiel und anspielbar machte deshalb nochmal die frage welche rolle spielt weigel da eigentlich weiß ich nicht das einzige was mir bei weigel aufgefallen ist dass er sich beim spielaufbau oft zwischen den beiden införteilen hat fallen lassen ja zumindest in der ersten halbzeit in der zweiten habe ich nicht mehr drauf geachtet mag drei Szenen gegeben haben ja wobei das auch eigentlich oftmals Kagawa war der das auch gemacht hat aber ich verstehe die rolle von weigel nicht also weigel wird komplett verloren aktuell auf dem spielfeld ich meine ich könnte es ja verstehen wenn du jetzt so einen Holzfuß hast der aber defensiv da die räume so dicht macht ähm und dir da Sachen wegtackelt und dir Ballbesitzer einbringt ähm den aber wirklich so wo du sagst irgendwie hast du gut gemacht jetzt gib aber schnell den Ball ab damit die guten kreativspieler jetzt nach vorne spielen können so aber das ist er ja halt auch nicht er ist halt auch nicht die das Zweikampfmonster im Gegenteil er ist grausam also es gab diverse Szenen ähm ja wo dann halt durch die Mitte gekommen wurde und er gar nicht wusste gehe ich jetzt drauf bleibe ich jetzt zurück ähm oder manchmal hat er immer so ein Mittelding gemacht und 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 konntest du wunderbar dann halt immer mit einem Doppelpass ausspielen und dann war der ja ne dann ist er ja nicht laufstark genug und nicht schnell genug also ich verstehe diese Rolle nicht ich weiß ja nicht äh witzigerweise war das ja auch schon unter äh Bosch so genau so hat er auch gespielt jetzt die Frage ob äh Bosch und auch ähm äh äh Stöger beide zu ihm sagen hör mal spiel mal wie du meinst aber ich kann es mir eigentlich nie vorstellen und deshalb glaube ich Weigel spielt wie Weigel meint also eigentlich hat Weigel ja seine ich sag mal Stärken ähm darin ähm ja so im hängenden zentralen Mittelfeld äh so die Bälle zu verteilen und das macht er hat er früher eigentlich auch gar nicht schlecht gemacht das Problem ist nur äh der BVB spielt momentan gar nicht mehr so ganz komisch keine Ahnung also nochmal dazu äh wurde gesagt irgendwie von von anderen Leuten ja ne Gegenmannschaften die sich hinten reinstellen die haben sich nicht hinten reingestellt weder Hamburg was mich sehr äh verwundert hat noch äh der SCFC Köln die haben auch es gab so viele Phasen in dem Spiel wo echt äh es hin und her ging äh die Mannschaften teilweise mit offenem Visier gespielt haben mag aber auch daran liegen dass der BVB häufig äh die Bälle in der Umschaltbewegung dann auch äh ja hergibt ich hab keine Ahnung warum war kein schönes Spiel also ja ja doch vielleicht also ähm für den neutralen äh Beobachter wenn es da so phasenweise hin und her ging mag das vielleicht schön ausgesehen haben aber für Leute die halt Fußballspielen sehen wollten ja die hätten äh sich den Nachmittag auch irgendwie eben Streichelzoo äh gönnen können und hätten da wahrscheinlich mehr fußballerische Klasse gesehen als bei diesem Spiel ne Paffi ja das ist ja das was 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 dieses 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 Gefühl dass man sicher ist dass man dass man den Gegner kontrolliert das ist halt in den beiden letzten Spielen die man gewonnen hat nicht da gewesen das war gegen Hamburg halt auch so und da erwartet man oder ich erwarte da von Dortmund halt mehr weil man weil ich schon sage der Kader und die Qualität im Kader gibt das ja her dass man so eine Mannschaft wie Hamburg oder auch die Woche davor halt Köln kontrollieren kann und diesen Eindruck haben sie halt nicht erweckt ne der Kader gibt es her ja ja der gibt es schon her im Verhältnis zu den den Mannschaften die über die beiden die wir jetzt geredet haben und das mit Weigl ist mir ja so lange gar nicht aufgefallen gewesen bis du das die Bilder gepostet hast und das sieht ja das ist ja auch also ich weiß gar nicht was überhaupt für eine Position das ist wenn der der zentrale Mittelfeldspieler sich mehr oder weniger ja versteckt dass er den Ball nicht bekommt oder nicht bekommen soll wenn das eine Anweisung ist dann finde ich das seltsam ich sag ja wenn er jetzt ein Defensivmonster ist kannst du das machen nimm den raus aus dem eigenen Offensivspiel brauchst du ja nicht unbedingt wäre eigentlich im modernen Fußball auch undenkbar aber er erfüllt gar keine Rolle für mich also kannst du auch einen Sack Kartoffeln auf dem Feld schicken das ist ja eigentlich eine Anweisung die du machst wenn du einen Spieler hast der halt technisch so limitiert ist dass du Angst hast dass der über 5 Meter den Pass an den Mann kriegt aber das ist ja eigentlich die Stärke bei ihm ja schafft er aber momentan auch nicht wirklich also wenn er dann mal tatsächlich den Ball hatte und dann einen Pass gebracht hat dachte ich so oh Mann ja keine Ahnung ganz ganz schlimm ich finde das ist immer man geht immer mit einem Handicap im Spiel wenn Weigl spielt auf der anderen Seite hast du halt keinen den du da spielen lassen kannst und dann verstehe ich auch den Auftritt von Herrn Watzke bei Bontorra nicht der dann sagte irgendwie ja ich hab ja davon geredet minimale Justierungen im Kader vorzunehmen für die Zukunft warum sind das jetzt schon wieder nur minimale Justierungen Junge guck dir den Kader doch mal an du musst handeln du hast Spieler oder Spielertypen im Team die heute gar nicht mehr passen nimm dir mal Nuri Schein das hat vor 6 Jahren vielleicht noch ganz gut funktioniert aber den kannst du nicht mehr den kannst du nicht mehr gebrauchen für die Spielweise der kann weiß ich nicht bei einem Team spielen was sehr langsam Fußball spielt da kannst du den aufstellen aber ansonsten das kannst du nicht mehr machen Reus Comeback haben wir übrigens vergessen hat er sogar gut gemacht ich bin ja absolut kein Fan von Marco Reus aber das hat er gut gemacht kleine Justierungen na dann wurde er auf die 6er Position angesprochen da sagt er so ja aber ich meine mit Akanji hat man jetzt ja einen im Team die könnte ich mir da auch vorstellen ja dann spielen wir halt ohne Innenverteidigung auch okay oder nur mit Toprak der übrigens seit seit vielen Wochen einen sehr starken Eindruck macht Paulty ich wollte es noch sagen also Toprak ist deutlich besser drauf als zum Beispiel Sokrates muss man einfach so sagen also in der Rückrunde bis auf seinen Schnitzer gegen Freiburg meine ich ja wo er glaube ich beim 1-1 stehen bleibt wenn er nicht noch den Schritt weiter geht spielt Toprak eine echt solide Rückrunde das muss man schon so sagen ja ähm weiß ich nicht ob ich da jetzt einen gelernten Innenverteidiger dann für die kommende Saison einplane oder für die 6er Position ja mach mal kleine Justierungen da muss es muss eigentlich ordentlich rappeln was will er denn im Sturm vornehmen eine kleine Justierung wir brauchen einen Stürmer in der nächsten Saison richtig oder hab ich da was übersehen ne ne bin ich absolut dafür stimme ich dir zu also wenn er ist jetzt ausgeliehen der Batshuay ne wenn wenn der so weiter trifft und für einen halbwegs vernünftigen Preis zu haben ist musst du den kaufen Punkt wenn er weiter so trifft wirst du aber für einen halbwegs normalen Preis nicht kaufen können Punkt ich weiß ich weiß ja nicht wie wie der kam ja von Chelsea wie das da halt generell ähm was die halt verlangen also wenn die sagen ne kostet 40 Millionen muss man 40 Millionen bezahlen dann ist das auch wert finde ich wenn er weiter so treffen sollte ja ich glaube 40 Millionen sind ja irgendwie mal rumgegeistert das war ja auch etliche englische Vereine an ihm interessiert waren aber die haben halt Abstand genommen weil er halt nicht so oft gespielt hat bei Chelsea und haben gesagt ne dann bezahlen wir keine 40 Millionen ja aber wie gesagt wenn er jetzt weiter so Spiele hinblättert dann wird das Interesse dieser englischen Vereine auch wieder äh aufflammen ja Chelsea hat mit äh Morata und jetzt ja auch äh mit mit Giroud ja die sollten ja eigentlich bedient sein ne aber ähm ja Chelsea ist ja auch halt auch ein ziemlicher Messi-Verein ne also nicht Lionel Messi sondern wir Hortenspieler da heißt es ja dann immer irgendwie ach guck mal Chelsea ne da haben die da so einen Mann irgendwie wird ne Bombe und so ja die haben aber noch 50 andere von denen auf anderen Positionen und explizit auch wirklich Belgier die da überall rumlungern viele Belgier ja die haben so viele Spieler die die auch verliehen haben oder die da irgendwo rumkramfen irgendwie die können sich's halt leisten ja aber die grundsätzliche Aussage oder was ich meine ist halt du musst halt im Sturmzentrum jemanden mit der Qualität die anscheinend Batschur hat die musst du für nächste Saison holen da gibt's keine Diskussion so einen Mann brauchst du halt das haben ja ich möchte mich da nicht mal selber erwähnen aber das haben ja viele Leute auch vor der Saison gesagt Leute die gesagt haben Aubameyang müsste eigentlich verkauft werden als Torschützenkönig wirst du den Preis ja auch nicht momentan oder in Zukunft auch nicht höher ansetzen wahrscheinlich und es wäre mal ganz gut fürs Bosch System ja der hat ja mit Dolberg in Amsterdam ein Stürmer der auch ein mitspielender Stürmer schon war ja und fürs Bosch System wäre es auch ganz sinnvoll da vielleicht einen Stürmer zu haben der auch in das System passt hat es mit Aubameyang nicht ähm und man ist in die Saison gegangen und naja wir kennen ja alle das Ergebnis übrigens ich zitiere Herr Watzke von vor ein paar Monaten Aubameyang ist Spieler beim BVB und das bleibt auch so ja aber gut Zitate von Watzke kam übrigens auch bei Von Torra dann wo er dann nochmal irgendwie damals gesagt hat im Audi Talk glaube ich ja also eins kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle hier garantieren ja Mkhitaryan Hummels und Gündogan alle drei werden uns nicht verlassen das ging so schnell dass die drei weg waren ne ähm er meinte mal über Von Torra sehr cooler Satz ähm ja ich kann war eine blöde Aussage aber ich kann diese auch erklären äh den Samstag wohl davor hatte er Zorc und einer von den drei Spielern er hat gesagt ich will das auch gar keinen Namen nennen äh haben sich getroffen und äh über den über den Vertragsverlängerungen geredet und äh waren sich einig haben sich die Hand drauf gegeben und meinte so da wo ich herkomme da ist ein Handschlag dann auch schon eigentlich bindend äh deshalb hat er halt im Audi Talk dann auch diesen Satz gesagt und da meinte Von Torra so na wenn ich raten müsste würde ich jetzt mal sagen äh Mkhitaryan und da schmunzelte äh Aki und meinte ja wie gesagt ich werde da jetzt keine Namen nennen ja soviel zum Thema irgendwie Mkhitaryan zurück zum BVB um das jetzt nochmal rückwärten äh in der Winterphase weil das ist ja ein ganz heißes Thema lächerlich das war absolut lächerlich weil da ist wirklich sehr viel kaputt gegangen okay komm ähm bevor ich jetzt hier mit Dortmund weitermache weil äh erbärten auch schon und der Minstler war bei Von Torra zugeschaltet und hat da sein äh sein Stand-Up Comedy-Programm durchgezogen wo er da auch gesagt hat ja wir haben ja ein ähnliches Credo wie der BVB ne wir geben ja auch äh nicht mehr aus als wir einnehmen was hä äh ich hab meine Fernbedienung gedrückt und dachte so hast du irgendwie den Ton von der Lindenstraße aus da hineingeschaltet oder das war schon sehr ulkig hast du erstmal Transfermarkten aufgemacht und guckt wen haben die denn eigentlich verkauft danach dann nachdem sie Vizemeister geworden sind äh und hast du gesehen nichts ja er hat dann auch noch gesagt ja das Financial Fair Play äh da halten wir auch ein genauso wie auch die 50 plus 1 Regelung äh aber er ist ja auch der Meinung wie viele andere in der Liga ähm man die 50 plus 1 Regelung muss natürlich bleiben aber ich meine Alter das ist soll euch doch scheißegal sein ist doch eh durch ähm aber man äh müsste mal Modifizierungen vornehmen hm ja was wollte er denn am Modifizieren und deshalb äh das ist ja auch der Grund warum der Kind da kommen wir ja gleich noch zu äh erstmal alles äh äh scheint äh die Liga äh durchaus bereit ist ähm da irgendwie am 50 plus 1 Modell zu schrauben was gibt's da zu schrauben was gibt's da hä vergewaltigung in Deutschland ist nicht erlaubt aber wir können darüber reden ob ich wenigstens den Finger reinstecken darf oder was es ist unglaublich da gibt's nichts dran zu rütteln ja ich mein das ist ja sowieso schon gefallen davon ab aber ja 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 aber es ist halt verzweifelter Versuch für mich von der DFL und vom DFB ähm da irgendwie ähm den Regeln Modus zu finden wo ähm wo man irgendwelche Einschränkungen macht so das funktioniert so lange bis jemand sagt nö und ich klage vorm Zivilgericht und dann fällt's dir komplett und das ist nur eine Frage der Zeit was wird Kind machen ne wenn's ihm nicht gefällt genau wenn das Modell bei ihm vorteil nicht gefällt klag davon Zivilgericht und die Dinger ist durch ja aber auf der anderen Seite kann's ja dann nur so modifiziert werden dass er die Fresse hält und und die anderen einflussreichen Teams auch die Schnauze halten ne genau man versucht so zu modifizieren dass alle die da vielleicht Überlegungen haben die Richtung erstmal die Fresse halten aber irgendwann können die ihre Meinung ändern oder da kann ein neuer Präsident kommen oder ein neuer Investor oder wie auch immer ne und dann in dem Moment wo der klagt ist die Nummer durch dann fällt 50 plus 1 weil ähm Europa hat ja schon gewunken äh was jeder in Deutschland macht ist eigentlich ne laut Kartellrecht nicht rechtens ne und dann fällt's und dann ist es vorbei also 50 plus 1 ist ja de facto schon tot ne bloß keiner sagt's ne und offiziell wird's halt in dem Moment wo jemand klagt und da wird da wird jemand klagen in den nächsten 3-4 Jahren Hertha ist auch ein Kandidat Hertha möchte jetzt ja auch möchte ja auch einen Investor unbedingt haben warum auch immer ich weiß halt ich weiß halt auch nicht ähm Hannover Hertha Frankfurt Frankfurt könnte ich mir noch vorstellen dass da das ein oder andere Unternehmen volles Rohr einsteigt aber Hertha Hannover das ist ja ungefähr äh ich hatte irgendwann mal so ein Pickel am Arsch da dachte ich mir als ich mir den so im Spiegel angesehen hab dachte ich so boah der ist aber attraktiv du nicht so wie Hertha oder Hannover also ich wette da wäre der eine oder andere Sponsor noch drauf angesprungen aber Hertha und Hannover ja Hannover werden doch nur Kinds Schergen einsteigen Kind selbst und seine Schergen also Rossmann und sind Konsorten ja aber werden die da auch so dick einsteigen dass Hannover davon was hat sollte sich sollte sich der Kind nicht mal im stillen Kämmerchen überlegen dass es da andere Vereine gibt die so attraktiv wären ähm dass er mit Hannover dann auf einmal im Endeffekt äh statt gut dazustehen blöd dazustehen es fällt ja dann nicht nur für Hannover diese Regulierung sondern auch für die anderen Vereine und da gibt es Vereine die erheblich mehr ähm Attraktivität besitzen als Hannover ja ähm ein Putten Kandidat für die 50 plus 1 Fallen Investor ist ja letztendlich auch Schalke da müssen wir ja klar sein dass Schalke ein Kandidat zum Beispiel ist und Schalke ist natürlich definitiv für ein Investor ist das so ja klar verständlich was glaubst du denn wer da bei Schalke bei Gelsenkirchen einsteigen würde das Problem ich denke da äh geht's gehen wir Richtung Russland ja und der Tönnies würde sich das da gefallen lassen ich glaube einfach ja weil der so ich glaube einfach dass der dass viele in dem Verein und gerade in den Führungsetagen so davon besessen sind irgendwann mal diese Schale in der Hand zu halten dass sie sich auf diesen Scheiß anlassen ja und ich glaube dass der Tönnies schon so viel Einfluss hat in den letzten Jahren durch seine Gelder dass er das gar nicht zulassen würde ähnlich auch wie beim HSV tatsächlich ich glaube auch nicht dass der Kühne da akzeptieren würde dass da irgendeine andere äh Instanz kommen würde und und Macht oder seine Macht in den Schatten stellt ja ich weiß also ich glaube einfach dass die in Schalke so davon besessen sind diese Schale mal zu haben ja was dass sie sich dass sie sich auf diesen Scheiß einlassen würden mit irgendeinem fremden Investor um Geld zu kriegen haben sie ja schon sich auf andere lustige Dinge eingelassen also noch mehr ich glaube es einfach ja ich sehe halt Stuttgart ne sehe ich als Kandidat klar logisch mit dem umfällig attraktiven Standort Frankfurt kann ich mir auch vorstellen dass da jemand draufhopst Köln ja vielleicht halt so als zur Macht am Rhein was aufzubauen ja aber wer denn ja gut ist ja auch müßig jetzt zu überlegen wer da sein könnte da wird sich schon jemand finden ne irgendwo aber es ist halt die Grundausage ist halt es gibt Vereine die attraktiver sind als Hannover ja in der Hinsicht ne ja das sind nicht wenige ne ja ähm ok Tipps Hamburg Dortmund haben wir boah ich hab keine Ahnung was der Boti da bei Fabian geschrieben außer scheiße 3-0 äh also 3-0 ne ja ja äh Paffi und Gotti haben beide 2-0 getippt hach ist das so und Bolti hat 1 zu 2 gesippt Glückwunsch das hätte von den Chancen tatsächlich passieren können er hätte aber hätte es mir auch vorher verraten sollen wer die zwei Tore für Hamburg Kostic 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 ja ok so Hoffenheim gegen Mainz jetzt haben wir boah es ist aber gut es war ja nicht nur Dortmund wir waren dann auch bei 50 plus 1 wir waren bei RB wir waren bei Hannover wir waren bei Kind wir waren äh in Hamburg überall überall waren wir genau hoffenheim gegen Mainz da machen wir mal direkt hier die Tipps ähm Endergebnis war 4 zu 2 Halbzeit stand 1 zu 1 1 zu 1 hätte sich der Paffi drüber gefreut ja der Fabi auch der hat nämlich 0-0 getippt also Paffi hat 1-1 und der Bolti hat auch 0-0 getippt also die drei hätten sich da über den Unentschieden gefreut der Gotti allerdings hat äh 2-0 Hoffenheim gesagt und hat die Tendenz äh nein die Differenz richtig 4-2 haben sie gespielt genau Hallöchen ja Hoffenheim ja musste ja immer mal wieder passieren ne der war gar nicht mal so stark es eher dass Mainz so schwach gewesen war ähnlich wie im DFB das war eine desolate Leistung gar kein Kampf gar kein Wille und dann war es auch selbst von Hoffenheim in der aktuellen Form leicht zu gewinnen aber wenn du sagst gar kein Wille immer in zwei Tore so schlecht kannst du da jetzt nicht gewesen sein Hoffenheim war war gut war vor allem mal effektiv haben aber wirklich mal ihre Chancen genutzt haben hochverdient gewonnen ähm Kramaric hat halt mal wieder getroffen hat ja Ewigkeiten irgendwie Ladehemmung gehabt doppelt ja doppelt genau einmal ein Freisturz glaube ich sogar schöner ähm also es ist ähm verdienter Sieg von Hoffenheim war aber wie André schon sagt eine Frage der Zeit weil die Qualität im Kader bei Hoffenheim ja da ist irgendwann war es klar dass sie wieder gewinnen werden also nur ansagen musst du in beiden Toren zu Mainz und darf nicht vergessen ein Tor ist durch einen schönen Luftschlag von Baumann passiert also da war auch gut Glück dabei ja aber über humorvolle Torhüter reden wir gleich noch beim Sonntagsspiel ja aber Baumann hat es ja auch mal ich dachte bei beim äh Spitzenspiel äh Fährmann ja aber das war ja nicht Sonntag achso war Samstag war das Topspiel Samstag ja manchmal verschwindet es ist aber auch schwer jetzt aufeinander halten ja naja vor allem mit dem Montagsspiel ja ja das hatten wir ja gar nicht oder kommt aber demnächst ja ja ähm die Scheiße kommt demnächst mit dem Montagsspiel komm ja hier also hochverdient in Hoffenheim da gibt es gar nicht großartig noch irgendwas zu reden äh machen wir mal weiter mit Frankfurt gegen Köln Mann die Frankfurter oder Heidewitzka oder die marschieren aber auch durch die Liga sind jetzt Vierter ähm und keiner weiß warum ähm nein wir wissen warum ne weil äh da einen guten Trainer haben und einen Plan haben weil jetzt ist also da kannst du mir aber jetzt ins Gesicht furzen ja wenn ich jetzt Aufnahmen der Vergangenheit rauskrame bin ich mit 1000% sicher dass deine Aussagen zu Kovac ganz andere waren dann such mal raus äh da wette ich mit dir um 5 Euro ja um 5 Euro die hast du doch nicht mal doch ich bin mir ziemlich sicher die Meinung zu Kovac äh in der Gruppe hier alle Anwesenden war einheitlich gleich ähm das ist äh einer der nur äh treten lassen kann nur zerstören lassen kann ja aber das unterscheidet ja nicht von gutem Trainer gutem Trainer sei einer der Punkte holt ja also wenn du einen Trainer hast der nur nur das Spiel kaputt machen kannst 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 du ja nicht sagen dass du den als guten Trainer bezeichnest nö aber aber Frankfurt spielt ja nicht mehr so ja eben aber dann haben wir ja dann wenn wir einheitlich gesagt haben Kovac ist einer der nur zerstören lassen kann äh dann ist das ja schon ein Irrtum gewesen ja aber aber selbst wenn ich bin wie die SPD was interessiert mich mein Geschwister von gestern ja okay das kann ich akzeptieren also ich ich mach ich mach's anders und sage einfach da hab ich mich also ne da hab ich mich äh wirklich getäuscht ich hatte wirklich nicht ich hatte Frankfurt das nicht zugetraut ich hätte Skowac nicht zugetraut dass ähm dass er eine Mannschaft derart entwickeln kann klar sie ist immer noch nicht die spielerisch stärkste Mann der Liga aber ähm sie agieren am am obersten Maximum von dem was was da möglich ist momentan in Frankfurt und daher muss man ihnen einfach mal Respekt zollen und einfach mal sagen ne muss ich nicht die machen es richtig ne die machen es aber gut mit den Mitteln mit den Leuten die sie haben machen sie es richtig gut aber ich glaube ich glaube tatsächlich immer noch ich bleibe also standhaft und sage ähm sie machen es trotz Kovac gut ich glaube weiterhin Kovac ist weiterhin ein limitierter Trainer äh hat aber jetzt gerade ich meine Wolfs spielt natürlich gerade momentan grandios die letzten Monate äh auch Boateng passt da halbwegs ins Team rein äh mit Allaire gut der ist jetzt auch nicht mehr so bum 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 wie noch in der Hinrunde aber ist aber ein Puzzlestück halt auf jeden Fall du hast Kadertiefe ja äh Rebic auch oftmals gut unterwegs sogar die komische Chandler ist oftmals äh nicht zu verachten und ich glaube es ist einfach ähm Pafi hat es gerade gesagt Frankfurt spielt echt am über Limit ja über einem Limit das ist auch Frage äh Frankfurt hat einen starken Torwart muss man auch sagen Radetzki ja ja passt alles zusammen also der ist jetzt auch ein Patzer erlaubt ja äh welcher Torwart patzt nicht irgendwann mal ist so ja Ralf ja Mann ähm also wie gesagt ich glaube dass die Frankfurter Mannschaft trägt sich jetzt teilweise dann auch irgendwie momentan von selbst ähm ich gehe aber stark davon aus dass das noch so drei vier Plätze nach unten wandern wird ja mindestens ja ich denke ich denke auch dass sie so siebter achter wahrscheinlich am Ende wären so um den Knick ähm ich meine wir haben jetzt 4-2 gegen Köln gewonnen da hat sogar Dortmund gewonnen das ist wirklich kein Indikator dafür äh ja gut muss er auch erstmal gewinnen gar keine Frage umgekehrt für Köln wird echt immer enger ne also nach nach dem Rückrundstart äh nach dem Rückrundstart wo du dachtest irgendwie oh 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 guck mal guck mal ne äh ist jetzt dann doch schon wieder so dass du sagst na gut die haben wir jetzt wirklich Glück gehabt dass Hamburg-Mainz die haben ja auch nicht gepunktet äh äh aber Bremen halt äh und auch der VfB also der Relegationsplatz äh ja wird weiterhin eifrig umkämpft werden aber es sind auch schon sieben Punkte von Köln zu 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 Mainz also auf den 16. Platz ja ich weiß nicht äh ja aber wie gesagt Fabi was denkst du denn Frankfurt ja man muss sagen die spielen momentan echt stark das muss man auf jeden Fall lassen na ja Europa League keine Champions League das heißt die haben keine große Belastung abgesehen vom DFB-Pokal hat sich der Vorteil zu den anderen Teams wie Dortmund Leipzig Bayern Dortmund hat ja Spiel auch noch Europa League ja irgendwann mal ne irgendwie keine Ahnung ja gut aber jetzt haben sie ja nochmal gegen Köln gewonnen die Frankfurter ja das war das langer Pflichtsieg ähm gegen Köln muss momentan eigentlich jeder gewinnen als Hamburg ähm oder Wolfsburg die würden auch noch gegen die verlieren ähm es ist spannend zu sehen ob sie das halten können ob sie am Ende tatsächlich in den internationalen Rängen landen was ich aber nicht glaube ja ja super okay ähm achso da müssen wir die Tipps noch machen ne was haben wir denn da Frankfurt Köln hat Fabi 0 zu 2 für Köln getippt Paffi 3 1 ja das ist die Differenz ne ja Bolli 2 1 Bolli 1 1 so ich hau mir da noch eine Tendenz rein und Bolli und Fabi gehen leer aus ja Leverkusen gegen Hertha das war interessant für mich die Überratung war für mich die Überratung des Spieltags ja und das nicht mal unverdient ja auf keinen Fall ja ja Berlin sag ich schon Leverkusen ganz schwach Heiko Herrlich hat schon ein bisschen rotiert da durfte mal wieder der komische Bellarabi beginnen äh Bailey saß auf der Bank hat man gemerkt ja man hat vor allem also in den ersten 45 Minuten war das von Leverkusen absolut gar nichts das war nicht Bundesliga-tauglich da hat man gemerkt dass ohne Bailey Qualität fehlt und sie echt von Bailey abhängig sind und es gab ja viele Spiele ne wo Bailey dann in der zweiten Halbzeit reinkam und dann den Unterschied gemacht hat noch ne also ich gehe so weit und sage dass Leverkusen von Bailey abhängig ist ähm weil ansonsten ist die Qualität der Mannschaft einfach nicht vorhanden für das für die Ziele die sie eigentlich haben sollten und ja Berlin hat das dann Eisheit gemacht da machen Tor zumindest das eine nach dem Fehler von Tarr ich glaube das war das 2-0 äh von Kalou war das glaube ich ja das 1-0 war glaube ich dann der Schuss von Lazaro oder Lesaro Lazaro Lesaro Piu Piu das ist glaube ich auch schon seine fünfte Torbeteiligung in den letzten Spielen gewesen war letzte Woche schon der beste Mann auf dem Feld und ja also für mich verdient der Sieg Leverkusen kam dann nach diesem indirekten Freischuss nachdem Jahrstein den Ball aufgenommen hat nachdem er ihn schon kontrolliert hatte mit der Hand war glaube ich somit die beste Chance im ganzen gesamten Spiel Leverkusen ja aber Leverkusen enttäuschend ähm hat sich vielleicht schon so ein bisschen unter der Woche angekündigt wo sie glaube ich ein bisschen mit Dussel im Pokal weitergekommen sind und ich bleib dabei Leverkusen ist einfach abhängig dass Bailey gut spielt und wenn er nicht spielt wirken sie wie eine mittelmäßige Mannschaft in der Bundesliga Lazaro übrigens mit seinem ersten Bundesliga-Tor ne aber er hatte in den letzten Wochen viele Torverteidigungen ja Vorlagen gehabt ja aber wir müssen jetzt ja hier auch nicht direkt zu einem Star machen ne das nicht aber da klang dir der Paffi schon wieder ne wisst ihr wo ihr herkommt hier Lazaro aus der Jugendabteilung von Red Bull Salzburg ja aber es ist ja Salzburg und nicht Leipzig was anderes aber ich meine der Zusammenfasser meinte dass das von Lazaro bei seinem Tor die vierte Beteiligung in Folge ist also von den letzten vier Toren hat er waren alle vier beteiligt kam er ist ja auch glaube ich erst zum Sommer gewechselt oder im Winter ich weiß gar nicht mehr ne letzten Sommer ist der Klub sogar bloß ausgeliehen wenn ich mich höre aber mit Korruption meine ich aber Tipps können wir kurz und knapp machen wir haben alle Leverkusen getippt ja aber klar dass er den Berlin gewinnt oder dann eigentlich schon ja wenn wir uns einig sind passieren immer komische Dinge ja da komm oh man Hannover Freiburg neuer Rasen oleo und sofort läuft es auch spielerisch da gucken wir mal da hat der Fabi 1-0 getippt und alle anderen ich hab das richtige Ergebnis aber andersrum oder was ja ja ich weiß auch nicht warum du nicht da zu deinen Hannoveranern hältst wenn du schon in der Ultraszene da verankert bist bin ich ja nicht ich kenne nur Leute die in der Ultraszene tatsächlich verankert sind ja ist auch schön wenn man wie gesagt alle 5 Leute mit Vornamen kennt ähm sind doch ein paar mehr ja 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 gibt ja 2 Gruppierungen der Mythos lebt ähm ja hätte aber auch äh ne also hätte auch unentschieden ausgehen können das Ding oder ähm ich hab die Statistik nicht vor Augen aber das was ich gesehen hab war es ein Hochverdiener von 96 also Freiburg war das ganze Spiel total unbefährlich okay haben dann erst nach dem 0-2 ein bisschen angefangen sich paar Chancen zu kreieren hatten dann noch 1-2 aber waren auch nach dem 1-2 nicht wirklich torgefährlich ähm dementsprechend geht der Sieg schon für 96 meiner Meinung nach verdient Petersen in der 5 ja jetzt war die Frage ob Petersen sein ganzes Können schon in Dortmund äh rausgehauen hat für diese Saison definitiv wer weiß so komm weiter ähm denn dann gab es das haben wir schon dann gab es das Topspiel ähm Bayern gegen Gelsenkirchen äh machen wir mal die Ergebnisse also 2-1 ging es aus hat keiner getippt äh Beuthi hat 5-0 getippt Paffi und Fabi haben je 3-0 getippt und Gotti hat das Richtergebnis aber auch umgekehrt Gotti hat 2-1 Gelsenkirchen getippt und wisst ihr was das hätte sogar passieren können rein theoretisch also ähm ich machen wir mal das spielerische war ein tolles Spiel ich hatte Spaß äh Gelsenkirchen äh wirklich durch bis mindestens zur 70. Minute sind die da wirklich aktiv auf die äh Bayern jedes Mal angelaufen ähm erstaunlich was ich äh ich gucke ja nur selten äh Spiele von von den Verbrechern aus dem Süden äh über die volle Distanz ähm aber was ich erstaunlich fand es wurden dadurch tatsächlich Fehler provoziert sei es jetzt ein Hummels der da dann Fehlpässe gespielt hat oder äh ich weiß nicht vorne äh oder im zentralen Mittelfeld dass da wirklich die Bälle verloren gegangen sind äh und die Gelsenkirchen dann schnell umschalten konnten gab einige solcher Szenen die dann aber auch nicht wirklich anständig zu Ende gespielt wurden aber das war schon stark also ich fand das war ein interessantes Spiel Problem ist natürlich wenn du dann äh in der Umschaltbewegung auch kläglich versagst äh öffnest du wiederum auf der anderen Seite den Bayern in der Vorwärtsbewegung ähm dich schnell auszukontern also heißt jetzt nicht dass da Gelsenkirchen äh total überlegen war das auf gar keinen Fall ähm die Bayern hätten wenn sie das auch ausgenutzt hätten oder äh effektiv hätten ausnutzen können auch wirklich am Ende also es hätte auch 4-0 tatsächlich ausgehen können ne aber es hätte auch wirklich auch für den Sieg Gelsenkirchen ausgehen können das war wirklich ein interessantes Spiel was das spielerische auf dem Feld angeht aber ich muss schon sagen an der Stelle ähm ich hab mich schon ein bisschen geekelt jetzt mag der eine oder andere sagen ja gut das sind nochmal die Ekelteams der Liga ja aber ich fand das war ein übergroßes Maß an Ekel dabei jetzt gar nicht dass da einer irgendwie mit Anlauf mit beiden beiden voran in den Mann gehüpft ist das nicht also es gab jetzt ein paar Fouls die ich überzogen fand ähm aber wenn du halt mit so viel Einsatz spielst bleibt das wahrscheinlich auch nicht aus aber ähm jetzt keine irgendwie ultra brutalen Fouls das nicht aber es gab so unfassbar es wurde geschwalbt auf beiden Seiten es wurde jede Entscheidung ja weißt du wenn da so ein Lewandowski schon immer irgendwie auch nur berührt wird und er zu Boden geht dann wird erst mal acht Minuten äh halt die Fresse Spiel Fußball ja und auch der Kollege Vidal ist ja auch so ein Experte ne boah das ist ja wirklich so ein da möchtest du einfach nur den Schlachen während er am Reklamieren ist den Schlachen aufziehen und ihm erst mal zeigen was Schmerzen bedeuten ich glaube der Mann muss wirklich mal richtig Schmerzen empfinden damit er in Zukunft auch weiß ähm A was er austeilt ja und B was er auch einzustecken hat oh diese alte Muschibierne ne unglaublich hier will ich die schon sehen ne boah hier schüttelt es mich unglaublich asozialer Typ boah ähm ja und dann lass es auf einer Seite halt äh auch so ein wie boah Burgstaller natürlich äh in erster Linie ähm aber auch so ein Meier kann auch mal ein bisschen äh äh meckerig sein da muss man schon mal trainieren für seine nächste Station ihr wollt es mir ja nicht glauben wartet ab ähm also wie gesagt das war für mich ein Übermaß und ich hab dann immer halt dieses Bild im Kopf wie die Mannschaften vor den Spielen immer reinlaufen und ihre hier Respekt und Fairplay Dinger da rumtragen wo ich mir denke ey das ist aber mit dem Anstoß ist das äh alles weggeblasen ne also ganz ehrlich das Benehmen auf dem Feld beider Teams äh machen wir jetzt mal als Teamleistung kennst ja so einen weiß ich nicht so Sympathieleute wie weiß ich nicht vielleicht Naldo oder so kannst du mal davon ausnehmen auch im Bolo war ja jetzt irgendwie nicht immer involviert in so Geschichten äh bei den Bayern garantiert auch nicht jeder aber so diese oh individuelle Arschlochleistung auf beiden Seiten von einigen Spielern ist es kein also wenn ich da mal ein Kind vom Fernseher äh sitzen sehen würde würde ich sagen komm wir machen mal den das Ding aus weil die übernehmen das doch mit aufs Feld äh wenn die selber dann irgendwie äh kicken oder so eklig e-kelhaft äh also nicht wenig Szenen wo ich dann denke irgendwie boah mich schüttelt's du hast ja in jedem Team hast ja irgendwie einen der ne über die Stränge schlägt und und vielleicht auch mal reklamiert oder so aber dieses immer drei Mann auf den Schiedsrichter einschirmen ja und dann liest du im Whatsapp dann wenn da jemand schreibt irgendwie ja der Schiedsrichter macht das auch nicht konsequent die machen es im Schiri aber auch nicht einfach von der ersten Minute an dieses Rumgeflänne bei jedem Kontakt und hast du nicht gesehen ja der Schiri hat es auch nicht einfach gemacht gibt Burgstaller für die Schwalbe gelb auf der anderen Seite ähm gibt dabei ich glaube ich weiß gar nicht wenn Lewandowski warst oder so gibt da kurz vor der Halbzeit für die Schwalbe kein Gelb also das ist auch nicht so sinnvoll äh jetzt werden dann einige sagen ja aber da war doch unkontakt ja aber den hat er auch nur gesucht äh also sobald ein Spieler ein Stürmer eine Bewegung macht ähm also wenn ich laufe hebe ich das Bein dabei ja wenn ich aber laufe und merke huch da steht ja das Bein vom Verteidiger jetzt laufe ich nicht mehr sondern äh schlurfe über den Platz dann ist das für mich auch schon tatsächlich äh ein provokantes Körperkontakt kontakt suchen das ist doch noch nicht ungeschickt angestellt vom Verteidiger sondern einfach nur ja weiß ich nicht früher hat man gesagt schlitzohrig Bayern ist ja sowieso immer noch schlitzohrig auch heute noch auch die Tore die Bayern erzielt haben waren schlitzohrig die waren scheiße ja gerade das Ding von Müller ähm auch schon als als 1-0 Lewandowski beides und da wollten wir auch nochmal drüber reden äh beides ja geht für mich natürlich auch Fährmann und äh ja also wie gesagt die beiden Bayern Tore waren jetzt nicht so hurra was mir aufgefallen ist äh der komische Rammes kommt meiner Ansicht nach auch wenn der Kicker nur wieder 0-4 gegeben hat wollte ich jetzt einfach nochmal mal gucken aber ich finde er wird äh ähm wichtiger also er hat durchaus äh prägende Momente im Spiel fand ich interessant noch nicht so wie ne dass es den Hypetrain von damals irgendwie auch nur ansatzweise rechtfertigt wo dann alle gesagt haben oh Rammes in der Bundesliga mhm ich musste übrigens mir mal den Spaß machen mal wieder beim Minga auch vorbeischauen der so gehypt hat und nochmal nachfragen ob das eigentlich immer noch so ist dass der Hypetrain mit 400 kmh durch die Gegend rauscht äh da ist sehr still geworden oder aber nichtsdestotrotz also er übernimmt dann jetzt doch schon mittlerweile auch ne Rolle in dem Team wieso haben die Hummels ne 3,5 gegeben ne 3,5 der hat viele Fehler gemacht also verstehe ich nicht Rübri 4 oh Robben 3,5 ja ja boh äh Puffy du hast das Spiel doch bestimmt gesehen ja also jetzt abgesehen davon dass du jetzt sagst mit dem mit dem reklamiert mag ich ja auch nicht mag ich bei allen Teams nicht egal ob das ist bei Bayern muss ich leider gestehen nimmt Überhand und gerade so Kandidat Vidal ist da unangenehm und Müller eigentlich auch ähm aber was ich halt gut fand und hast du auch angedeutet Schalke hat sich halt nicht versteckt die haben versucht selbst zu agieren und das machen halt von meiner Einschätzung nach für die in der Bundesliga viel zu wenige Teams es versuchen viel zu wenige Teams gegen Bayern auch mal zu attackieren und nicht nur hinten sich reinzustellen und zu hoffen dass es nicht so schlimm wird ähm das Spiel war war interessant zum zugucken muss ich sagen ähm ich glaube sogar mit ein bisschen Glück wäre für Schalke da ein Punkt drin gewesen mit dem normalen Fährmann wäre da ein Punkt drin gewesen ja das sagst du so dann macht Bayern vielleicht eine andere Chance rein also das ist immer hetzte wennste muss man sich drauf einlassen aber ähm ich fand es sehr couragiert wie Schalke in Auftreten und mir hat es gefallen und ich wünsche mir dass es eigentlich öfter gegen Bayern so passiert ja aber wer soll das denn noch machen ja aber das ist das Problem und verkriechen sich ja das ist richtig das ist korrekt ähm wir haben direkt den Kackstift in der Buchse ja aber ähm vom Spielerischen also das ist auch ein bisschen das Problem der Liga ne du hast so viele Mannschaften die darauf getrimmt sind wirklich keinen Fußball zu spielen sondern aus der starken Defensive ähm und anscheinend ist äh defensiv gut zu stehen leichter zu erlernen als alles andere ne ist es nicht anscheinend ist so ja und dann hast du halt Teams die streng limitiert da mit ihrer Spielweise hinkommen willst du ja als Mainz in München na gut ist ein schlechtes Beispiel die haben durchaus auch schon mal interessante Auftritte gegen Bayern äh abgeliefert aber als Hertha willst du da nach München und sagen so heute spielen wir mal hier keine Defensive heute machen wir Tiki Taka übertrieben gesagt Bremen Bremen in der Rückrunde die haben sich nicht versteckt die haben versucht mitzuspielen und sie waren tabellentechnisch richtig mies aber Bremen ist ja auch und sie haben es versucht Bremen ist aber auch nicht so die Mannschaft die jetzt nur von ja wir stehen defensiv ist besser geworden ja aber ist jetzt auch keine reine Defensivmannschaft ja aber diese diese Spielphilosophie würde ich mir von anderen Mannschaften einfach auch wünschen ja aber wie gesagt du kannst nicht erwarten dass ich sag mal weiß ich nicht Hannover oder Berlin da hinkommt und plötzlich eine ganz andere ganz andere Spielweise auf dem Platz liegt haben die vielleicht gar nicht das Material für und auch gar nicht irgendwie die Eingespieltheit für dass sie jetzt sagen wir stellen uns jetzt nicht hinten rein wir machen mal frech mit nee du gehst da hin und sagst wir stellen uns hinten rein gucken dass wir irgendwie nach vorne irgendwie einen Angriff hinbekommen und wenn er reingeht yeah äh und ansonsten lassen wir es über uns ergehen und hoffen das Beste kannst du ja nicht so Hoffenheim könntest du dann auch hinstellen die können spielerisch Leipzig 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 eigentlich auch ja wobei Bayern gegen so Teams dann auch mal irgendwie ein bisschen extra motiviert sind habe ich das Gefühl was auch richtig ist ähm ja Tipps haben wir durch komm Alter wir sind schon sowas von drüber ich hab ja gesagt das wird heiß heute ich hab's euch gesagt aber die nächsten beiden Spiele können wir relativ zügig abarbeiten ähm wobei ja Stuttgart-Gladbach endet 1-0 äh super also der Sieg das spiel ich aber der Sieg war gut genau der der geschrien hat ist der der 0-1 für Gladbach getippt hat und der der gar nicht gesagt hat der Gotti hat 1-0 Stuttgart getippt und was hat er gesagt er hat gesagt der äh neuer Trainerbonus macht's war's so Bolti war's so Fabi die haben die haben die haben recht früh getroffen aber fand das Spiel jetzt nicht gut es war ein ganz okayes Spiel Gladbach war echt schwach was ich mir also die waren echt enttäuschend das hätte ich jetzt nicht gedacht dass sie so schlecht spielen und dann hat's ja Stuttgart irgendwie geschafft ist immer noch nicht gut können wir abkürzen der Paffi ne der Paffi scharrt schon mit den Hufen der sagt dir jetzt gleich warum Gladbach zumindest in der ersten Halbzeit so schwach war ne schade nicht achso ich dachte du sagst jetzt ja ohne Raphael ja ohne Raphael ist das aber das ist halt immer so Gladbach ist halt abhängig von 2-3 Spielern wenn die nicht da sind haben sie ein Problem und Gladbach ist halt kennzeichnet sich ja die ganze Saison schon dass sie sehr sehr inkonstant sind das sieht man ja auch aber wie gesagt auffällig die Leistung würde ich jetzt mal so als immer das was wir so bereden und so auffällig ist immer ist Raphael nicht drauf ist die Gefahr hoch dass das Spiel wirklich ne bei Gladbach nicht ganz so toll ist da muss Eberl und das hat er ja auch so indirekt schon gesagt da muss er halt Abhilfe schaffen demnächst da muss er irgendwo einen anderen Raphael ausbuddeln naja ein zwei Leute irgendwie die halt auch die Offensive tragen können falls halt Stindl mal nicht funktioniert oder Raphael verletzt ist wie auch immer also die sind halt in der Hinsicht festgefahren die brauchen die beiden in Topform dazu noch Hazard sind die drei nicht da hat Gladbach ein Problem offensiv ja gut wie gesagt Raphael kam dann zur zweiten Halbzeit aber ne genau und was Fabi gesagt hat haben früh getroffen und dann tatsächlich also ganz ehrlich trotz Korkut den Sieg dann noch eingefahren ich wäre aber vorsichtig was die nächsten Spiele angeht wie gesagt das war jetzt der Trainerbonus so Spiele passieren dann schon mal aber ich ja werde gleich ganz anders aber ja das hat nicht überzeugt was Stuttgart auf den Platz gebracht hat ne das war andere Art von Fußball ne aber die Frage ist halt wirklich wenn Wolf noch da gewesen wäre ob es da Ding auch gewonnen hätten mit der Art und Weise wie sie unter Wolf gespielt haben gegen die Gladbach schwierig wahrscheinlich nicht egal so und Bremen-Wolzburg und dann ist auch Ende Bremen-Stark-Wolzburg scheiße sehr gut und äh der Bolti hat da ein Dreier gelandet echt yo einen Punkt habe ich geholt 3-1 ach du hast 2-1 okay das Handy war schräg genau Fabi 2-0 Puffy 2-0 Bolti 2-1 Gotti 0-0 ich konnte doch keine Ahnung dass da auf einmal hier ne Budenzauber in Bremen stattfindet August Dinsson Kainz Werhag Elfmeter Nachschuss und der Kainz nochmal verdient unverdient ich habe es gar nicht gesehen ja jetzt verdient also die klar überlegende Mannschaft Wolfsburg extrem schwach da muss man sich echt Sorgen machen nach den letzten Partien also wenn das so weiter geht wenn die aber ganz schnell in die Abstiegsplätze rutschen und Bremen hat überzeugt hoffe ich schon seit Jahren das passiert auch nicht ne wenn sie dann Trainerwechsel machen und der rettet sich dann irgendwie Meinst du wirkst noch den Trainer ja also mit der Leistung müssen sie es machen Katastrophe überhaupt nur jemand da nur gut komm jetzt aber dann die Tipps für den 23. Spieltag da haben wir am Freitag wow Berlin gegen Mainz ich tippe 2-1 für Berlin 1-1 ist ja 0-0 weil mir langweilig ist Fabi 0-1 okay haben wir ja alles dabei haben wir alles dabei genau äh dann geht es weiter mit einem richtigen Kracher nämlich Köln Hannover 0-2 1-0 ja ich bin auch beim 1-0 keine Ahnung warum ich bin beim 2-1 oh dreimal für Köln als Hannover gewinnt gut äh Freiburg Bremen 1-1 Freiburg Bremen ich sag 2-2 ich sag 1-2 1-1 das kann doch nichts werden weißt du doch ja ich hab auch eher so die leichte Tendenz Richtung Bremen tatsächlich aber nee ich sag 1-1 Hamburg gegen Bayer Leverkusen ja 0-3 aha 1-2 ich sag 1-2 ich wollte erst Hamburg tippen egal komm 1-2 ich sag 1-1 ja danke sonst wenn wir alle 4 getippt hätten hätte Hamburg gewonnen achso äh Wolfsburg Bayern ohha ohha 0-5 die werden Wolfsburg richtig zerstören wir können ja mal gucken äh was war der höchste Sieg unter Heinkes jetzt hier seitdem er mal wieder bei den Bayern ist keine Ahnung also wir müssen jetzt ja auch nicht so tun als würden die Bayern jede Woche die Mannschaften zerstören ne ja Wolfsburg ist so schlecht ja aber 0-5 ist ich sag 0-2 ich sag 0-3 ja ich hab auch 0-3 und das ist auch schon echt hoch gegriffen 0-2 0-3 kann ich mir schon vorstellen aber 0-5 ist jetzt auch nicht so dass die Bayern da so äh abgehen momentan ähm jetzt Kirchenhoffenheim ja wieder mal Samstag Top-Spiele hier nee hast du doch 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 hast recht Alter äh ich sag 2-1 2-0 1-0 ha 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 jetzt muss ich eigentlich schon auf die blauen Sätze nochmal zu verlieren ne ja 1-0 mal gucken ob das klappt Augsburg-Stuttgart 2-0 Spiel für den Boggason egal 2-0 Augsburg 1-0 Augsburg 0-1 Raffi hatte 2-0 ne mh gerade die 1-0 ich sage äh keine Ahnung 2-1 gab es heute mit 2-1 ja dann Sonntagabend das Borussen Derby oh Gott äh hinruhende ging das doch gut ab mhm aber ähm jetzt ist auch wieder die Frage spielt Raphael wenn ja wann von Anfang an oder kommt er irgendwo mal rein oder spielt er überhaupt nicht oder mir ist das egal ich habe die letzten beiden Spiele in denen BVB gespielt hat gegen Köln gegen Hamburg jeweils 2-1 gegen den BVB getippt ich bleib dabei ja ich sag auch 2-1 Gladbach und das meine ich auch so ich sag 2-2 ich sag 0-2 und am Montag mhm wer noch nichts vorhat äh kann sich da Montagabend ganz gemütlich Frankfurt gegen Leipzig äh angucken das wird ein schmaus Eurosportplayer ne keine Ahnung ich glaube den hätte ich sogar wir haben 2 Spiele diese Woche ich weiß gar nicht ob ich den bis dahin noch sogar abonniert hab keine Ahnung spielt Leipzig donnerstags nicht schon wieder wieder in der Dings Europa League ist egal doch eh keiner wann hat denn Dortmund hat der gegen Köln am nee das war ja Free TV ne ja ja das war auf dem Freitag Free TV ja aber die haben irgendwann doch gespielt hier gegen Berlin am 19 ach die Schweine ich glaube genau an dem Tag äh läuft er aus naja ähm Tipps 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 0-3 ich sag 2-2 sag 2-1 ich sag äh 0-0 tatsächlich interessant 0-0 ist ein mutiger Tipp keine Tore ne ich glaube das wird vorarm werden ok lieber arm dran als arm ab so übrigens der Führender in der weißen Westeliste Roman Bürki Richtig mit 8 mal zu 0 in 21 wenn sie den nicht noch irgendwie einbürgern können würde ich doch ganz klar sagen hier mit Fährmann ganz klar WM-Torhüter in der Rotation ja alles ok Leute jetzt haben wir aber wirklich sehr viel gekurscht aber wir sind auch viele Sachen noch mit eingebaut ja und viele Sachen die wir noch gar nicht deshalb habe ich schon vorher gesagt Champions League werden wir nicht mit reinnehmen weil ich ahnte schon dass es da ein bisschen was so plaudern gibt aber jetzt sind wir durch bevor wir jetzt hier die Stunde voll machen sagen wir artig tschö mit Ö tschö mit Ö tschö mit Ö tschö mit Ö und und dafür kriegst du wieder ne und laden euch natürlich ein müssen wir gucken Freitag Samstag irgendwie so da zu unserem Fußball oder Football Manager Livestream das wird dann auch wieder sehr witzig in dem Sinne macht's gut und eine schöne Woche tschüssi tschau tschüss tschüss